So, willkommen zurück mit der neuen Cap. Das ist ab jetzt meine neue Kappe und ja die trage ich jetzt immer. Und ja, wie ihr seht ist die Session echt krass. Das ist jetzt meine neue Cap. An dem müsst ihr euch gewöhnen. Und ja. Und ich hoffe, es gefällt euch. Und ja, das war es schon von mir. Und haut noch ein. Tschüss. Ciao.